Okay, dahin verschwinden die Hescher also. Finden wir heraus, warum. Die Korps hat hier unten also Osmium abgebaut. Sieht nach einer ziemlich großen Anlage aus. Ja, die Lenzer-Bajonette hatten eine Osmium-Beschichtung. Zumindest bis zum Versiegen der Miene. Leute, wir gehen hier durch. Wieso funktioniert die Stromversorgung? Die alten Minen laufen mit Geothermalenergie. Solange der Planet da ist, gibt es hier Saft. Das sind eine Menge Waffen. Ach du Scheiße. Die haben ja nicht nur Locust entsorgt, sondern auch ihre Waffen hinterhergeschmissen. Wie abscheulich. Abscheulich, ja. Gehen wir besser weiter. Warum die Hescher ihre Beute den ganzen Weg hier runterschleppen? Schätze, sie kehren zu ihrem Schwarmstock zurück. Also wartet hier unten eine ganze Menge hässlicher Viecher auf uns. Seht ihr das? Dort. Muss der Schwarmstock sein. Noch mehr Hescher. Wenn Marcus irgendwo sein sollte. Dann dort drin. Ja, sehe ich auch so. Gehen wir rein. Leute, seht euch das an. Ein Locust-Kuckau. Noch unbeschädigt? Das kann nur eins bedeuten. Der Schwarm ist kein Locust. Ich hab gehört, Locust-Kuckau wären unzerstörbar. Sieh es so. Wenn du einen Diamanten gegen so einen Kuckau wirfst, zerspringt der Diamant. Ich weiß, ich weiß. Erinnert ihr euch noch an den Kristall, den ich dem Monster abgenommen habe? Der sah genauso aus. Hier geht etwas Seltsames vor. Passt bloß auf! Achtung! Gesellschaft! Für jeden Fall! Und noch einen. Geladen und entsichert! Eine tolle Drohne! Na schön, wer ist der Nächste? Ich glaub, das waren alle. Meins. Noch mehr Locust-Cocons. Perfekt. Hier sind wir definitiv goldrichtig. Leute, da ist eine Art zerbrochener Kristall. Wir sollten das überprüfen. Ihr wisst schon, sicherstellen, dass es nicht... Naja, ihr wisst schon. Wir müssen das überprüfen. Hier sind wir. Verdammte Scheiße! Das ist doch bitte nicht das, wonach es aussieht. Suppressing! Suppressing! Ah! 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 Sehr gut, wir sind hier fertig. Gehen wir... Verflucht. Gehen wir den Tunnel runter. Die ganze Zeit über waren die Locust nicht tot? Sie hatten sich verpuppt und verwandelt. Etwa wie fiese Schmetterlinge? Schon gut. Lass mich wissen, wenn du eine bessere Erklärung hast. Hey, pass auf. Noch einer. Ja. Ja. Also sind die Larven doch Locust? Glaube ich nicht. Du hast die Kapseln gesehen. Sie sind teils menschlich. Hier drin müssen wir vorsichtig sein. Ja. 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 Wie ist der hier runtergekommen? Könnte ein Plünderer aus der Savanne sein. Zumindest hat er ein paar von denen mitgenommen. Scheiße. Mehr als nur ein paar. Ja. 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 Aber hier. Ja. 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 Ich bin leer! Tote Larve! Und vorbei! Und noch eins! Verstanden! Seht positiv, jede tote Larve ist eine Drohne weniger, die uns später Sorgen macht. Weißt du was? Das hilft uns wirklich. Hab sie! Meins! Oh, seht euch das an. Noch ein Lager. Deckt euch gut ein. Vorsicht, wir haben Gesellschaft! Scharfschützdeckung! Abschützdeckung! Schöne! Hab ihn! Schöne! 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 Frankfurt! Das muss wehtun! Na schön, wer ist der Nächste? Das war's, wir sind durch! Opsi! Oh, mitz! Wir müssen das Rohr freimachen. Der Weg ist versperrt. Das ist zu schwer zu bewegen. Oh, das war's! Wir müssen das. Ich muss einen Weg geben, das Ding zu bewegen. Ich wollte schon immer so ein Teil fahren. Groß, frei! Und ab dafür! Oh, Mann! Das fühlt sich gut an! Oh, Mann! Das fühlt sich gut an! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Was ist das? Hinder mich, ich kümmer mich da rum. Also, die gute Nachricht, die sind alle tot. Die schlechte Nachricht, der Stab lass am Arsch. Gehen wir einfach weiter, okay? Nur eine Frage. Wie soll uns der Erztransporter bitte wieder nach oben bringen? Wieso? Weil er gerade etwas brennt? Darüber können wir uns später noch Sorgen machen, okay? Gehen wir. Hier drunter. Hey, warte. Was war das? Ist das... Ja, Dads Funkgerät. Wir müssen auf dem richtigen Weg sein. Meins. Hey, Leute. Ich sehe sie. Durchsuch die Kapsel nach meinem Dad. Er muss in einer der neueren sein. Schnell! Herrscher! Wart mal los! Achtung! Er schießt! Hey, pass auf die Stacheln auf! Oh Gott! Was soll? Was ist das für ein Zeug? Ich helfe dir! Er hat einen! Die Stacheln auf! Ihr habt alles gepasst! Also, in welchem Ei finden wir jetzt Marcus? Kein Plan. Fang einfach an zu suchen. Sie sehen nicht frisch aus. Wir brauchen ein neueres. Ich hab's doch gesagt, Mann! Lass die Kanzeln in Ruhe! Kein gut! Oh, Kassel! Ja Oh, das ist die Idee. Del, Kate! Hier drüben! Das Ei sieht frisch aus. Dad! Komm schon, Dad! 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 Verdammt! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Verdammt noch mal! Atme, verdammt! Steh auf! J.D. Dad! Hör auf! Steh auf! Kaus und Dad, steh auf! J.D., hör auf! Du musst loslassen. Nein. Er ist tot. Oh Gott. Runter mit seiner Rüstung! Keine Sorge, Dad. Wir sind hier. Mann. Du riechst übel. James. In der Kapsel. Ich war in Ihrem Netzwerk. Netzwerk? Was für ein Netzwerk? Das hier. Dieser ganze verdammte Schwarm. Hier ist alles verbunden. Die Leute in den Kapseln. Ich konnte sie spüren. Die Locusts sind nicht tot, James. Ja, das haben wir gemerkt. Kate. Deine Mutter. Was ist mit meiner Mutter? Sie lebt. Sie wird nicht wie die anderen behandelt. Keine Kapsel. Wo ist sie? Auf einem anderen Madenfriedhof. Nicht weit von hier. Wir müssen dahin. Warte. Die Leute aus deinem Dorf. Ich konnte sie spüren. Nur kurz. Sie haben's nicht geschafft. Oh, verdammt. Oskar. Kate. Es tut mir... Traum. Unsere Freunde hilft meiner Mutter nicht. Also gut. Wie kommen wir jetzt wieder nach oben? Tja, das wird dir nicht gefallen. Tja, das wird dir nicht gefallen. Vielen Dank.